Herzlich willkommen zu unserer neuen Reihe Neue Funktionen ABK 8. Heute haben wir zum Thema Vorlage für Leistungsverzeichnisse interessante Informationen zusammengetragen. Wir wollen heute eine Vorlage erstellen, auf die wir beim Neuanlegen eines Leistungsverzeichnisses zugrafen. Diese Vorlage soll ökologische Vorbemerkungen von Öko Kauf Wien enthalten, um besondere Einstellungen für Nachlässe vorhergestellt haben. Ich bin bereits in einem neuen leeren Leistungsverzeichnis und wechsle hier in den Ordner Gliederung, um Ihnen Leistungsbeschreibungen einzustellen, die diese ökologischen Kriterien enthält. Mit der Funktion LB ändern wird ein Fenster mit der vorhandenen Leistungsbeschreibung geöffnet. Hier wählen wir die LB HB 20 mit den Ergänzungen von ABK Version 12. Diese Leistungsbeschreibung erhält nicht nur die ökologischen Kriterien von Öko Kauf Wien, sondern auch Firmentexte zahlreicher Hersteller. Wir gehen nun wieder zurück in den Ordner LV Bearbeitung und sehen, dass im Register Leistungsbeschreibung bereits die neue LB geladen ist. In der Leistungsgruppe 0 allgemeine Bestimmungen finden wir jene allgemeine ökologischen Kriterien, die für alle Leistungen Gültigkeit haben. Wir erkennen diese Ergänzung zu LB Hochbau, einem Herkunftszeichen Plus. Wir markieren diese Vorbemerkungen und übernehmen sie mit der Funktion Positionen übernehmen in das Leistungsverzeichnis. Nun wollen wir noch Einstellungen für Nachlässe treffen. Dafür wechseln wir den Ordner Leistungsverzeichnis in das Register Optionen für Nachlässeaufschläge. Hier stellen wir ein, dass der Bieter zusätzlich zum Nachlass auf die LV-Summe auch jeweils einen Nachlass auf Hauptgruppen-, Obergruppen- und Leistungsgruppenebene gewähren kann. Jetzt sind wir mit unserer Vorlage fertig und schließen dieses Leistungsverzeichnis. Nun wechseln wir wieder in den Ordner AVA AG, um hier dieses LV mit der Funktion Speichern aus Vorlage aus Vorlage abzulegen. Als Bezeichnung geben wir öko an. Wenn wir nun mit Plus ein neues Leistungsverzeichnis anlegen, sehen wir, dass nun diese Vorlage auch angeboten wird. In einem neuen LV auf Basis dieser Vorlage sind die ökologischen Vorbemerkungen bereits enthalten und auch die Einstellungen für Nachlässe wurden übernommen. Alle Vorlagen werden im Projekt Vorlagen gespeichert und können verwaltet werden, indem im Projektfilter das Projekt Vorlagen ausgewählt wird. Alle Leistungsverzeichnisse in diesem Projekt werden als Vorlagen für neue Leistungsverzeichnisse in diesem Ordner angeboten. Wir wünschen Ihnen ein gutes Gelingen beim Arbeiten und Vorlagen in AVA AG. ressortet auf New Yorker integration. Untertitelung des ZDF für funk, 2017